Sie sind cool und wild. Und sie wollen das große Finale gewinnen. Habt ihr das alle gehört? Begrüß unsere Gegner. Doch das Spiel der Spiele wird zum Kampf zwischen zwei Brüdern. Das ist nur ein Mädchen, Leon. Aber das macht ihr alles kaputt, was dir wichtig ist. Unser Cinemagic der Woche. Gegen mich hat niemand gewonnen. Ich dachte, du bist mein Bruder! Zum ersten Mal auf Disney Cinemagic. Die wilden Kerle 4. Sonntag, 14 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017